Gerald Hüther hat dann gesagt, Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des Anderen. Und eigentlich bringt das ein wenig auf den Punkt, was mein Anliegen ist, wie man eigentlich, mit welcher Haltung man Kindern gegenüber auch an sie herantreten sollte. Also das unbedingte Interesse an den Kindern, da muss ich ja mal schauen, wie sind die überhaupt? Ich muss mich für sie interessieren. Das heisst, als erstes gebe ich nicht was von mir, sondern ich werde mal still. Also ich bin eigentlich eher in einem rezeptiven Modus und versuche wahrzunehmen, wer ist denn da überhaupt? Also, dass ich fühle, was ist das für ein Mensch in diesem Kinderkörper, was sind seine Qualitäten, dass ich versuche, das zu erfassen und wahrzunehmen. Und wenn ich das tue, dass ich dann wieder bei mir schaue, und was habe ich für einen Impuls, um das, was ich wahrnehme, so gut wie möglich noch mehr zur Entfaltung zu bringen. Das finde ich ein wunderschönes Bild, eine wunderschöne Formulierung. Und eigentlich, wenn ich sagen würde, wenn das die Haltung wäre und das gelänge, das umzusetzen, dann bräuchte es nichts mehr. Das wäre eigentlich wie gut genug so. Also, ich weiss von einer Schule, wo ich Schulleiter war, da bin ich vor den Sommerferien in einem Kindergarten, war ich zu Besuch. Und das war so ein lebendiges Bienenhaus fast. Überall waren Kinder oder Kindergruppen. Und ich habe fast die Kindergärtnerin nicht gefunden. Die ist irgendwo mit drei, vier Kindern am Boden gelegen, hat ihnen was erzählt oder gespielt. Und alle anderen Kinder waren sonst irgendwo und waren aktiv. Und das war richtig ein lebendiges, ja, ein lebendiger, schöner Moment. Und dann war Sommerferien. Und nach der Sommerferien bin ich in die erste Klasse auf Schulbesuch gegangen, eigentlich mit denselben Kindern. Und von dieser Lebendigkeit war alles weg. Es war einfach fort. Das waren die gleichen Kinder, zwei Monate später. Und weshalb war es weg? Da war keine vorbereitete Umgebung mehr mit Angeboten zum Spielen, zum Basteln, zum sich Bewegen, zum Zusammensein, zum Bücher anschauen, wo die Kinder auch wählen können, was ihrem Impuls eben entspricht oder was ihrem Potenzial entspricht. Nein, da war nichts. Da waren einfach Schulbänke, die in Reihe und Glied wie Batteriehaltungen ausgerichtet nach vorne gezeigt haben. Und was war vorne? Die Wandtafel und die Lehrperson. Das ist ja eine Message. Das heisst, hey, spielt nicht mehr, schaut nicht mehr, was ihr für Impulse habt, sondern schaut zu mir nach vorne. Ich sage euch schon, was jetzt läuft. Und das hat funktioniert. Innerhalb von zwei Monaten waren das Kinder, die voller Erwartungshaltung nach vorne schauten und darauf gewartet haben, dass ihnen die Lehrperson sagt, was jetzt zu tun ist. Und ja, von dort her würde ich sagen, Potenzialentfaltung ist eigentlich mehrheitlich, findet nicht statt an Schulen, wo man eigentlich wie schauen kann, dass dieser Zugang nach innen bei den Kindern, was ist bei mir an Interesse, wofür entscheide ich mich, was wähle ich aus, dass der nicht versiegt. Was sonst geschieht, was ich als junger Lehrer mal erlebt habe in einer Oberstufenklasse, da hatte ich auch das Gefühl, ja, ich möchte das Beste für diese Oberstufenjugendlichen. Und dann habe ich die gefragt, hey, was wollt ihr, was ist euer Wunsch? Und dann kam da eine gähnende Lehre. Eigentlich niemand wusste recht, was auf diese Frage antworten. Und dann ein Mädchen hat dann irgendwie gesagt, ja, wir könnten ja mal eben so eine Hellraumprojektorfolie abschreiben. Damals gab es noch Hellraumprojektoren. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist das höchste Gefühle an Selbstverwirklichung, irgendwas abschreiben zu dürfen. Und da wurde mir deutlich, die haben über Jahre nicht mehr Zugang erhalten, zu schauen, was ist ihr Impuls, was ist das, was von innen her kommt. Die wurden zugedeckt und das beginnt in der ersten, zweiten Klasse. Dort startet es. Was ich durchaus glaube, es gibt mehr Dinge, die man umsetzen kann, auch innerhalb des Rahmens der Volksschule, wie man langläufig denkt. Und dass das nicht geschieht, ist oft nicht der Grund, dass man das nicht darf, sondern man hat das Bewusstsein nicht dafür. Ich bin hier mit Daniel Hunziker. Daniel, herzlich willkommen im LUTAI-Podcast und vielen Dank, dass du mir deine Zeit und dein Wissen zum Thema Schulen der Zukunft von der Wissensvermittlung zur Potenzialentfaltung teilst. Gern geschehen. Hallo Tom. Wie gesagt, möchte ich gerne mit dir das Thema anschauen, wie könnte die Schule der Zukunft aussehen, welche Werte und welche Strukturen könnten sie da, wären sinnvoll aus unserer oder aus deiner Sicht, damit unsere Schüler, unsere Kinder eine sinnvolle oder wertvolle Schulzeit erleben. Und vielleicht auch ein bisschen hinschauen, was noch nicht optimal läuft oder welche Strukturen sich in der Vergangenheit etabliert haben, welche wir eher kritisch sehen. Und ich glaube, dass du dazu genau der richtige Person bist, denn du bist nicht nur Lehrperson und Schulleiter, du bist Bildungsinnovator, du bist Buchautor zu diesen Themen und du bist der Gründer der Initiative Schulen der Zukunft, gemeinsam mit Gerald Hüther. Aber bitte stell dich doch kurz selber unserem Publikum vor. Ja, Daniel Hunziker, wie gesagt, ist mein Name. Und ich kann natürlich so all meine beruflichen Stationen aufzählen, das ist aber vielleicht nicht das, was mich ausmacht. Ich glaube, ich bin in erster Linie eine neugierige Person, eine lebensfreudige Person, eine aktive Person. Und ich gehe gerne meinen Leidenschaften nach. Ich gehe dem nach, was für mich Sinn macht. Ich bin auch ein Familienmensch. Ich habe drei erwachsene Söhne und unterdessen auch ein Enkeltöchterchen. Und das liegt mir sehr am Herzen. Ich liebe Musik und ich bin einfach gern wach, aufmerksam. Und mache mir meine eigenen Gedanken, meine eigenen Bilder. Und bin dann gerne initiativ dort, wo es für mich Sinn macht. Und das hat mich auch das Berufsleben lang geprägt. Und dort sind mir natürlich die Kinder ganz nah am Herzen, weil ich ihnen das natürlich auch wünsche, dass die auch ein lebendiges Leben, ein freudvolles Leben führen können. Damit wären wir schon bei der zweiten Frage. Denn wenn ich dir zuhöre bei YouTube-Talks oder wenn ich auf deiner Internetseite lese, auf der Seite Schule der Zukunft, dann wirkst du auf mich oder erlebe ich dich sehr engagiert im Bildungsbereich. Also man hat das Gefühl, dass du mit Herzblut dabei bist. Und mich würde interessieren, was dich antreibt und woher du diese Kraft nimmst, um schon seit so vielen Jahren in diesem Bereich tätig zu sein. Ich glaube, was ich schon immer konnte, das aber vielleicht auch nicht gewusst habe, das ist so in Resonanz kommen mit der Lebendigkeit, die ja besonders in den Kindern vorhanden ist. Das ist das, was mich immer sehr angesprochen hat in meinem Beruf, im Zusammensein mit Kindern. Aber natürlich nicht nur dort, weil ich kann natürlich auch mit dem Lebendigen in der Natur in Resonanz kommen. Ich kann in der Musik in Resonanz kommen mit dem Lebendigen. Ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste an mir oder in meiner Intention, was ich tue. Und das natürlich vom Beruf her sind dort optimale Möglichkeiten, dass ich dort eigentlich mit diesem Lebendigen in den Kindern in Berührung kommen kann. Und wo ich auch das Gefühl habe, dort ist der grösstmögliche Schutz, den die Kinder auch nötig haben von uns Erwachsenen, dass eben dieses Lebendige in ihnen geschützt wird und dass das Raum haben darf und das nicht irgendwie versiegt und dass das einfach funktionalisierte Menschen werden, die nachher Therapien nötig haben, die keine Freude mehr am Leben haben. Und ich glaube, dort ist meine Intention, das ist das, was mich antreibt, diese Lebendigkeit am Leben zu erhalten. Das habe ich mir gedacht und das spüre ich auch, wenn ich deine Texte und deine Videos lese oder anschaue. Jetzt bist du Initiant der Initiative Schulen der Zukunft, gemeinsam mit Gerald Hüther. Was ist das Ziel von dieser Initiative oder euer Anliegen? Unser Anliegen, das war, das ist ja wahrscheinlich mehr als zwölf oder dreizehn Jahre her, eigentlich, dass die Kinderköpfe nicht mit Wissen abgefüllt werden und ja, dass die Kinder einfach funktionieren müssen mit dem, was ihnen von außen eingegeben wird, sondern dass das, was eigentlich in den Kindern steckt, dass das zum Ausdruck kommen darf, eben, dass sich dieses Potenzial entfalten kann. Das ist eigentlich unsere Absicht. Und wir haben am Anfang Bildungskongresse organisiert im Kongresshaus in Zürich. Vier haben da jährlich stattgefunden und das hatte eine große Resonanz. Da sind viele Leute hingekommen, über tausend Leute waren zum Teil in Bildungskongressen und da gibt es auch viele Videos von diesen Bildungskongressen. Wahrscheinlich hast du die gesehen. Und das waren durchaus tolle Kongresse und was mich dort aber ein bisschen gestört hat, da sind viele, viele Menschen gekommen und die haben dann genickt und geklatscht und ich habe mir dann immer gedacht, ja, und was geschieht nach diesen Bildungskongressen? Also wo hat eigentlich das eine Wirkung, sodass es bei den Kindern landet? Weil, wie gesagt, die Kinder, die sind mir in nächster Linie ein Anliegen, dass dort diese Lebendigkeit erhalten werden kann. Und ich habe mich dann immer gefragt, ist das eigentlich so das Medium, solche Kongresse zu veranstalten, wo nachher wirklich die Wirkung auch bei den Kindern landet? Und ich habe dann aufgehört damit, solche Kongresse zu organisieren und ich habe, wie gemerkt, so meine Wirkungsweise ist viel grösser, wenn ich selber an Schulen hingehen kann, wenn ich auch als Schulleiter auch mit einer gewissen Konstanz etwas aufbauen kann, wenn ich an Eltern gelangen kann, dort etwas bewirken kann, mit Eltern, mit Lehrpersonen zusammen etwas bewirken kann. Ich glaube, so etwas zu lesen, etwas zu hören, das ist nicht das, was einmalig wirklich eine Wirkung entfalten kann, sondern es ist wirklich ein Dranbleiben, eine Konstanz, stetig wirklich mit den Themen in Kontakt zu sein, etwas auszuprobieren, auch zu scheitern, ist ganz wichtig und dann wirklich immer in dieser Resonanz mit diesem Lebendigen zu bleiben. Das gibt einem wie die Orientierung, wo man eigentlich hin will, wo man hin soll. Und deshalb habe ich nicht mehr solche Kongresse gemacht. Eigentlich im Moment ist schon in der Zukunft ein Blog, wo ab und zu auch Texte dann publiziert werden oder einen Austausch. Ich habe immer wieder Mails, Anfragen, Telefonate, so wie von dir jetzt auch, wo ich dann mit Menschen in Kontakt komme. Aber ich glaube, das, was mich wirklich am meisten interessiert, ist, wo geschieht etwas, wo wirklich am Ende auch bei den Kindern etwas landet, sodass die wirklich ihre Lebendigkeit behalten können. Ich denke, das ist eine wichtige und grosse Frage. Wo und wie engagiert man sich, um möglichst viel Positives zu erreichen? Und ich glaube, da gibt es keine klare Antwort. Zumindest ich glaube, dass diese Bildungskongresse sehr wertvoll waren, auch wenn ich leider an keinem dabei war. Ich kannte diese Initiative dazu mal noch nicht. Aber sie sind ja ein Stück weit verewigt mit YouTube-Filmen. Und wir produzieren hier jetzt auch gerade einen YouTube-Film in der Hoffnung, dass wir Leute erreichen. Aber einfach du beeinflusst mich natürlich durch dieses Gespräch auch. Ich bin auch Lehrperson. Ich bin in einem Schulrat tätig und hoffe dann Gedanken auch von diesem Gespräch dort einfließen zu lassen. Und ich frage mich natürlich mit Lutai auch, wie kann ich am meisten Positives bewirken? Und da habe ich keine klare Antwort darauf. Aber ich finde es sicher sehr wertvoll, zum Beispiel jetzt dieses Gespräch, dass ich mit dir in Kontakt kommen darf und von dir lernen darf oder gemeinsam uns austauschen darf. Jetzt, wenn du dir so die Schule der Zukunft vorstellst, welches Menschenbild oder welche Wertehaltung springen dir da im Kopf? Welche Gedanken kommen dir da? Ich denke, es ist immer sehr wichtig, über die Wertehaltung, das Menschenbild zu sprechen und dann, welche Strukturen daraus sinnvoll erwachsen. Deswegen möchte ich gerne bei dir bei der Wertehaltung anfangen. Vielleicht können wir ja einfach mal mit so zwei Aspekten beginnen, die mir in den Sinn kommen und dann im Gespräch das vielleicht auch vertiefen, weil ich glaube, so zu Wertehaltungen könnten wir aber wahrscheinlich stundenweise diskutieren. Ich habe so, mal in Erinnerung, ich fotografiere gerne, ich habe mal ein Foto gemacht aus dem Garten von Tomaten und da gab es zwei grüne Tomaten und eine rote Tomate und dann habe ich so Karten daraus gemacht und dann habe ich darunter geschrieben, in unserem Leben sollen wir werden, was wir sein könnten und damit ist die rote Tomate gemeint. Also das Ziel der Tomaten ist nicht grün zu bleiben, sondern rot zu werden und da habe ich das Gefühl, bei uns Menschen ist das auch so, wir haben in uns Qualitäten, wir haben in uns Sehnsüchte, wir haben in uns Talente und eigentlich geht es darum, die so intensiv wie möglich zum Leben zu erwecken. Also das ist ein Bild, was ich habe davon. Also das ist ein Wert, der mir sehr wichtig ist und das ist ja auch die Intention von Schulen der Zukunft, eben nicht die Kinder von außen mit fremdem Wissen abzufüllen, sondern zu schauen, was sind die Qualitäten dieser Kinder und wie können die mehr zum Ausdruck gelangen und wie kann ich die Kinder unterstützen, dass das auch möglich ist. Und das Zweite, das ist das, was Gerald Hüthermals ganz schön formuliert hat, wie er Liebe definieren würde. Und da hat er gesagt, Liebe ist das unbedingte Interesse an der Entfaltung des Anderen. Und das finde ich unglaublich schön formuliert. Das Unbedingte, das hat eine ganz starke Kraft. Ich möchte es unbedingt, unbedingt. Und das Interesse, das ist eine Hinwendung zum Anderen. Seien das jetzt meine Schüler, sei das mein Partner, seien das meine Eltern, wer auch immer. Das unbedingte Interesse und zwar nicht, dass ich was bekomme, sondern dass der Andere sich entfalten kann. Und das finde ich mega schön formuliert. Und eigentlich bringt das ein wenig auf den Punkt, was mein Anliegen ist, wie man eigentlich, mit welcher Haltung man Kindern gegenüber auch an sie herantreten sollte. Also das unbedingte Interesse an den Kindern, da muss ich ja mal schauen, wie sind die überhaupt? Ich muss mich für sie interessieren. Das heisst, als erstes gebe ich nicht was von mir, sondern ich werde mal still. Also ich bin eigentlich eher in einem rezeptiven Modus und versuche wahrzunehmen, wer ist denn da überhaupt? Also, dass ich fühle, was ist das für ein Mensch in diesem Kinderkörper? Was sind seine Qualitäten? Dass ich versuche, das zu erfassen und wahrzunehmen. Und wenn ich das tue, dass ich dann wieder bei mir schaue, und was habe ich für einen Impuls, um das, was ich wahrnehme, so gut wie möglich noch mehr zur Entfaltung zu bringen. Das finde ich ein wunderschönes Bild, eine wunderschöne Formulierung. Und eigentlich, wenn ich sagen würde, wenn das die Haltung wäre und das gelänge, das umzusetzen, dann bräuchte es nichts mehr. Das wäre eigentlich wie gut genug so. Wunderschön, vielen Dank. Also witzigerweise ist genau dieser Satz in einem Gespräch zwischen Gerald Hüther und einem anderen Hüther, Herr Hüther, ich weiss nicht, genau dieser Satz hat er gesagt und ich wollte ihn noch rausschreiben. Ich wollte das Interview noch mal schauen, weil das die schönste Definition von Liebe ist, die ich eigentlich auch kenne. Und André Stern sagt, ja, ich liebe dich, weil du so bist, wie du bist. Und ich denke, das spielt da auch rein, oder? Dass wir eigentlich in der Schule der Zukunft jeden als einzigartig betrachten und wir ihn nicht so zur Entfaltung bringen lassen möchten, wie diese Person ist und nicht wie wir sie haben möchten. Ja, und was ich einfach wichtig finde beim Ganzen, das geht, funktioniert nicht kognitiv. Das ist etwas, was ich fühlen muss, sonst funktioniert das nicht. Also wenn ich das nicht fühle, nützt es nichts, wenn ich mir das einrede oder einfach das spreche. Ich muss das fühlen, im Kontakt mit Kindern, mit anderen Menschen, dass das auch eine Wirkung hat. Und das ist wirklich so, wie soll ich sagen, auch wirklich das Interesse an anderen Menschen, das Schöne entdecken wollen. Und ich glaube, das ist etwas, was oft, ja, oft, ich hoffe nicht allzu oft, aber manchmal passiert das wahrscheinlich, wo man vor lauter Störungen im Schulzimmer, vor lauter Dingen, die man tun muss, oder meint, man müsse sie, dass man eigentlich diese Unmittelbarkeit im Kontakt mit den Kindern gar nicht mehr, dass man nicht mehr zugänglich dafür ist. Und dann hört es auf, wirklich das Schöne zu sehen in den Kindern. Und wenn ich das nicht mehr sehe, wenn ich das nicht mehr fühle, dann beginne ich auch zu funktionieren und ich sehe dann auch nur noch die Funktion, die das Kind erfüllen muss. Und dann ist eigentlich der Mist gelaufen, dann nützt es auch nichts, wenn ich mir kognitiv solche Sätze sage, dann bin ich nicht mehr in diesem Modus, wo ich wirklich von Herzen auch wirksam sein kann. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Absolut, absolut. Ich denke, es gehört immer das Kognitive und das Gefühl dazu. Also, dass man einerseits eine Theorie hat, auf welcher man sein Handeln ausrichtet und dann aber diese Theorie auch verinnerlicht oder in sich selbst spürt, die Wirkung. Und vielleicht in diesem Zusammenhang kommt mir etwas in den Sinn, was ich in der heutigen Zeit noch wichtig finde. Ich finde, man liest das ja auch, das ist die Generation Alpha, die kaum mehr erziehbar ist, die nur noch egoistisch unterwegs ist. Und dabei muss man wissen, die werden erzogen von der Generation Y, das sind die 25- bis 40-Jährigen. Und wenn ich diesen Eltern zuhöre oder wenn ich die beobachte, dann höre ich ganz oft diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, nämlich ich will das Potenzial zur Entfaltung bringen, ich will dem Kind Raum geben, dass es so sein kann, wie es ist. Eigentlich all diese schönen Dinge. Und da fehlt aber etwas. Da fehlt irgendwie ein Bewusstsein dafür, dass diese Kinder Kinder sind und die Eltern sind die Erwachsenen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass es in der Verantwortung der Eltern liegt, für die Sicherheit und Geborgenheit der Kinder zu sorgen. Das liegt nicht an den Kindern. Das ist etwas, was Jesper Juhl so schön formuliert hat und er hat dem Gleichwürdigkeit gesagt. Das heisst nämlich nicht Gleichberechtigung, es heisst Gleichwürdigkeit. Und diese Rechte, das ist manchmal in diesem Generationenverhältnis von Generation Y und Alpha, so wie das Gefühl, wir haben genau die gleichen Rechte. Und deshalb fragen diese Eltern die Kinder auch immer, willst du das oder willst du so? Oder stimmt das nicht für dich? Wie würde es für dich stimmen? Und oft sind diese Kinder masslos überfordert, wo die eigentlich Halt bräuchten von Erwachsenen, die ihnen auch mal sagen, was sie für richtig halten. Weil die Kinder können ja nur Werte lernen, indem sie Vorbilder haben, die Werte leben oder die auch formulieren. Und das müssen ja die Eltern sein. Aber wenn die Eltern laufend bei ihnen nachfragen, wie ist es für dich richtig, was stimmt für dich, haben diese Kinder weder den Halt noch das Vorbild. Und das, was oft geschieht, dann, dass diese Kinder eigentlich aus Überforderung, aus Unsicherheit, beginnen, selber die Initiative zu ergreifen, zu sagen, wie es läuft. Und eigentlich ist das Verkehr. Was die bräuchten, ist eigentlich Sicherheit durch die Erwachsenen und manchmal auch Führung durch die Erwachsenen. Weil die können nicht in allem entscheiden, weil sie zu wenig Erfahrung haben und bräuchten eigentlich Anleitung oft durch die Erwachsenen. Und wenn das nicht geschieht, dann ist das, was wir oft an den Schulen haben, dass wir immer mehr egozentrische Kinder auch haben, die kaum mehr integrierbar sind in eine Gruppe von Kindern. Weil das braucht es ja zu Hause. Ist es vielleicht mit einem oder zwei Kindern, geht das noch? Auch wenn ich dort Eltern erlebe, die sind schon mit einem oder zwei Kindern masslos überfordert. Und wenn dann solche Kinder in 20er- oder 25er-Gruppen sind, dann geht das einfach nicht mehr. Und das ist eigentlich das, was wir vorerst so schön besprochen haben, diese Herzqualitäten, wo das wie in einem Übermass ausgelegt wird und den Kindern zu viel Verantwortung übergeben wird, wo das eigentlich nachher wie mehr schadet, wie das es hilft. Fahnen. Ich habe dazu ein Zitat von eurer Homepage genau kopiert, weil es für mich wichtig erschien, da steht Gleichwürdigkeit. Ich kannte den Begriff noch nicht. Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern sollen ungleichberechtigt, aber gleichwürdig sein. Denn es ist die Verantwortung der Erwachsenen, für die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen, die Verantwortung zu übernehmen, sodass sich diese aufgehoben, sicher und geborgen fühlen. Und als ich das gelesen habe, das ist jetzt auch das, was du gerade beschrieben hast, da war ich mir nicht ganz sicher. Das ist für mich wie so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite möchte ich das Kind zur Selbstständigkeit, zum kritischen, selbstständigen Denken ermutigen. Auf der anderen Seite möchte ich es aber auch, also ich möchte es nicht zu fest bevormunden. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, möchte ich ihm aber auch Halt bieten und eine gewisse Leitschnur. Und ich denke, das ist unglaublich schwierig, auch im Alltag, dies so umzusetzen. Oder fällt dir das leicht? Ja, ich glaube, es fällt mir leicht. Okay. Weil ich habe meine Leitschnur nicht hier oben, sondern ich habe sie viel weiter unten. Und das hat ganz stark damit zu tun, dass ich meinen Körper spüre, dass ich mich selber wahrnehme, dass ich meine Emotionen wahrnehmen kann. Und das hat ganz viel damit zu tun, ob ich auch meine eigene Würde wahrnehmen kann. Weil im Zusammensein mit Kindern, das ist so im Alter zwischen zwei und vier, fünf Jahren, das ist dann, früher hat man dem Trotzphase gesagt, und eigentlich heute sagt man dem, das ist die Ich-Entwicklungsphase. Das ist dann, wenn die Kinder so merken, hey, ich bin gar nicht so symbiotisch mit meinen Eltern verbunden, wie ich das immer gedacht habe, ich bin ja selber wer. Und dann kommen die kleinen Jungs und setzen sich die Krone auf und sind dann die Könige und die Prinzessinnen genauso. und dann sagen sie so, selber machen. Nein, will ich nicht. Und ich will es jetzt so. Und das ist gut und recht, das ist schön, das braucht es auch, dass die ihr autonomes Ich entwickeln. Was aber nicht gut ist, wenn die Eltern im Zusammensein mit den Kindern dann ihr autonomes Ich vergessen. Und sie lassen sich entwürdigen. Und das sind so viele Erwachsene, die ich kenne, gerade aus dieser Generation Y, die ich erzählt habe, die haben dieses Gefühl nicht mehr, wo entwürdigen sie sich selber im Zusammensein mit ihren Kindern. Wenn ich diesen Zugang noch habe, dann merke ich genau, das ist mir jetzt zu viel und das möchte ich nicht. Und ich bringe mich mit meinem Gefühl, meinem Kind gegenüber ein und ich teile das mit. Und das ist dann so, was man früher auch gesagt hat, ja, Kinder brauchen Grenzen, das glaube ich nicht, dass die das brauchen, die wollen das auch nicht, aber ich brauche Grenzen. Ich brauche meine Grenzen und die Grenze ist dort, wo ich wie merke, mein Wohlbefinden leidet, meine Würde leidet und dann muss ich für mich eine Grenze setzen, und jetzt ist es mir nicht mehr wohl, das möchte ich nicht und das teile ich mit. Und deshalb auf deine Frage, ob mir das leicht fällt oder nicht, ja, das fällt mir leicht, weil dann, wenn ich meine Würde spüre und meine Impulse wahrnehme und auch ein Vertrauen in die habe, brauche ich mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen. Dann weiss ich, das fühlt sich richtig an und ich teile das mit. Und was ich denke, was Kinder in solchen Momenten merken, die spüren mich und die spüren auch meine Intention. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis dieser heutigen erziehenden Generation, dieser Generation Y, sage ich jetzt mal, die kommen her aus einer ganz patriarchalischen Zeit. Damals war das nicht Verantwortung für die Sicherheit und die Geborgenheit der Kinder zu sorgen. Damals war das ein Machtding. Nämlich, wie habe ich Macht als Erwachsene über die Kinder? Und das ist das, was heute eigentlich nicht mehr ist. Es darf aber nicht umgekehrt werden. Es darf nicht werden, dass die Kinder auf einmal Macht haben über die Erwachsenen und die Erwachsenen das zulassen und nicht mehr sich trauen, einmal Stopp zu sagen, weil es ihnen zu viel wird, aus der Angst heraus, dass sie autoritär sind oder irgendwie als Machtmenschen verschrien werden. Ich glaube, das ist ein Missverständnis aus Erfahrungen früherer Generationen, dass man auf alle Fälle nicht mehr in so eine Machtschiene als Erwachsene reinkommen will. Und ich glaube, mit dem, was eben Jesper Juhl als gleichwürdig beschreibt oder auch Otto Herz sagt das auch, dass eigentlich Beziehungen zwischen Erwachsenen oder Kindern nicht gleichberechtigt, sondern ungleichberechtigt sein sollen. Damit ist nicht gemeint, dass man Kinder beherrschen soll, so wie das vielleicht früher war in patriarchalischen Zeiten, sondern, dass man ein Gegenüber sein soll, dass es selber eine Würde hat, die zum Ausdruck bringt und dann hat man halt manchmal, auf Schweizerdeutsch würde man sagen, dann hat man Lämpen, dann hat man, ja, dann gibt es Auseinandersetzungen, aber das ist wichtig, dass es die gibt. Weil wenn Kinder die nie erleben und es läuft immer so, wie sie es wollen und sie können eine Tasse rumschieben und Mutter und Vater können sie genauso rumschieben, die sagen genauso wenig wie die Tasse und dann kommen sie in die Schule und das sind auf einmal 20, 25 Kinder, da wird es schwierig, dann geht es nicht mehr, oder? Kannant. Margret Rassfeld sagt eigentlich, die Schule soll von der Wissensvermittlung zur Potenzialentfaltung werden und das ist ja, glaube ich, auch eure Intention. Was ist damit gemeint, also um bei den Werten zu bleiben? Ja, das ist das, was ich eigentlich eingangs gesagt habe, dass eigentlich nicht so standardisierte Wissensinhalte in die Köpfe, in die Kinderköpfe hinein gehämmert werden, sondern, dass es Raum gibt, dass Kinder sich ausprobieren können, dass sie unterschiedlichste Dinge kennenlernen können und herausfinden, was liegt mir, was liegt mir weniger, wo möchte ich mich vertiefen und dass da eigentlich die Qualitäten der Kinder, die angelegt sind, auch zur Entfaltung kommen können, sich zeigen können und dass die eigentlich so, ja, auch in einer gewissen Kohärenz mit dem, was in ihnen angelegt sind, auch leben können. Also das ist das gemeint mit dem Potenzial, was in den Kindern drin ist. Würdest du sagen, dass das aktuell in vielen Schulen noch nicht der Fall ist oder welche Wertehaltungen siehst du in Konflikt mit der Ermöglichung der Potenzialentfaltung? Ja, ich würde sagen, an praktisch allen Schulen wird das nicht so umgesetzt. Also in erster Linie steht ja der Lehrplan und das sind ja diese Inhalte, die von außen eigentlich, ja, wie den Kindern aufgedrängt werden. und ich habe das oft erlebt, ich weiss von einer Schule, wo ich Schulleiter war, da bin ich vor den Sommerferien in einem Kindergarten war ich zu Besuch und das war so ein lebendiges Bienenhaus fast. Überall waren Kinder oder Kindergruppen und ich habe fast die Kindergärtnerin nicht gefunden, die ist irgendwo mit drei, vier Kindern am Boden gelegen, hat irgendwas erzählt oder gespielt und alle anderen Kinder waren sonst irgendwo und waren aktiv und das war richtig ein lebendiges, ja, ein lebendiger, schöner Moment. Und dann war Sommerferien und nach der Sommerferien bin ich in die erste Klasse auf Schulbesuch gegangen, eigentlich mit denselben Kindern und von dieser Lebendigkeit war alles weg. Es war einfach fort, das waren die gleichen Kinder zwei Monate später. Und weshalb war es weg? Da war keine vorbereitete Umgebung mehr mit Angeboten zum Spielen, zum Basteln, zum sich bewegen, zum Zusammensein, zum Bücher anschauen, wo die Kinder auch wählen können, was ihrem Impuls eben entspricht oder was ihrem Potenzial entspricht. Nein, da war nichts. Da waren einfach Schulbänke, die in Reihe und Glied wie Batteriehaltungen ausgerichtet nach vorne gezeigt haben und was war vorne? Die Wandtafel und die Lehrperson. Das ist ja eine Message, das heisst, hey, spielt nicht mehr, schaut nicht mehr, was ihr für Impulse habt, sondern schaut zu mir nach vorne, ich sage euch schon, was jetzt läuft. Und das hat funktioniert. Innerhalb von zwei Monaten waren das Kinder, die voller Erwartungshaltung nach vorne schauten und darauf gewartet haben, dass ihnen die Lehrperson sagt, was jetzt zu tun ist. Und ja, dort ist der Lehrplan, die Lerninhalte, die auf einmal vorrangig sind und da ist durchgetaktet, das Lernen angesagt und dementsprechend verhalten sich die Kinder. Die Kinder wissen ja nicht, dass das anders sein könnte. Die haben das Gefühl, das ist so richtig und die sind auch gerade noch in einer Entwicklungsphase, wo sie besonders offen sind für Gemeinschaftsregeln, für das, was ihre Lehrperson sagt. Das ist so oder so die Beste, sie kennen ja auch keine andere und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann suchen sie allen falschen Fehler bei sich, aber sicher nicht beim Schulsystem und nicht bei der Lehrperson. Und ja, von dort her würde ich sagen, Potenzialentfaltung ist eigentlich mehrheitlich, findet nicht statt an Schulen. Ich empfinde gleich, tragisch aber wahr, du schreibst in einem Beitrag auf der Facebook-Seite von Schulen der Zukunft, Kindergärten sollten nicht verschult, sondern die Schulen verkindergärterisiert werden. Eigentlich das, was du jetzt angedeutet hast. Also aus deiner Sicht wäre es wünschenswert, dass die Schule eigentlich ein bisschen beim Kindergarten abschaut. Ja, also was zumindest, ich glaube, man muss immer schauen, was ist realistisch, was ist pragmatisch möglich. Und ich denke, was durchaus möglich ist, dass mit Eintritt in die Schule, die Schule darauf achtet, dass nebst diesen Lehrplan Vorgaben, dass es wirklich Zeiträume gibt, wo Kinder nicht mit Programmen zugedeckt werden. Und dass es Räume gibt, die wirklich einladend sind, um Dinge auszuwählen, Interessen auszuwählen. Und das sind auch ganz wertvolle Situationen für die Lehrpersonen, weil die Lehrpersonen, die können Kinder beobachten, was die auswählen, wenn sie frei sind. Und die lernen die Kinder ganz anders kennen. Die lernen dann eben sehen, was sind eigentlich die Potenziale, die in den Kindern stecken. Was suchen die? Was könnte ich irgendwie verstärken? Was könnte ich noch für Angebote organisieren, sehen, dass das noch mehr zum Vorschein kommt? Und das würde ich empfehlen. Ich bin mir auch bewusst, wenn die Schule losgeht, da haben die Lehrpersonen einen Auftrag, da kommen wir vielleicht noch dazu, was dann die Idee der Schule ist. Und dem müssen sie auf irgendeine Art und Weise folgen. aber da gibt es doch Freiräume, wo man eigentlich wie schauen kann, dass dieser Zugang nach innen bei den Kindern, was ist bei mir an Interesse, wofür entscheide ich mich, was wähle ich aus, dass der nicht versiegt. Was sonst geschieht, was ich als junger Lehrer mal erlebt habe, in einer Oberstufenklasse, da hatte ich auch das Gefühl, ich möchte das Beste für diese Oberstufen Jugendlichen und dann habe ich die gefragt, hey, was wollt ihr, was ist der Wunsch und dann kam da eine gähnende Lehre, eigentlich niemand wusste recht, was auf diese Frage antworten und dann ein Mädchen hat dann irgendwie gesagt, ja, wir könnten ja mal eben so eine Hellraumprojektor Folie abschreiben. Damals gab es noch Hellraumprojektoren, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist das höchste Gefühle an Selbstverwirklichung, irgendwas abschreiben zu dürfen. Und da wurde mir deutlich, die haben über Jahre nicht mehr Zugang erhalten, zu schauen, was ist ihr Impuls, was ist das, was von innen her kommt, die wurden zugedeckt und das beginnt in der ersten, zweiten Klasse, dort startet es. Ja, ich finde ähnlich, dazu ein Zitat von Rael Job, Bildungsberaterin, Schulleiterin und PA-Dozentin, sie sagt, Schule gehört noch immer den 7G, die Kinder sind im gleichen Alter und sollen zur gleichen Zeit bei der gleichen Lehrperson auf die gleiche Art und Weise im gleichen Tempo die gleichen Inhalte lernen und damit die gleichen Lernziele erreichen. Und als ich das gelesen habe, ist irgendwie aus meiner Sicht immer noch zutreffend und irgendwie frustrierend. Oder wie liest du dieses Zitat? Ich habe mir in den letzten Jahren viel, viel Gedanken gemacht, und zwar darüber, dass wir seit Jahrzehnten alles wissen. Wir haben kein Wissensdefizit. Wir wissen, was Kinder brauchen, um kindgerecht aufzuwachsen. Wir wissen, wie das Hirn funktioniert, um effektiv zu lernen. Wir wissen entwicklungspsychologisch, lernmethodisch, wir wissen alles. Alles wissen wir. Oder seit Remo Largo wissen wir, dass Kinder zum Einschulungszeitpunkt vier Jahre Entwicklungsunterschiede haben, dass sie mit 15 zum Schulaustritt bis zu sechs Jahre Entwicklungsunterschiede haben und trotzdem haben wir immer noch Jahrgangsklassen. Wir wissen alles und die Frage ist vielmehr, weshalb fällt es uns so schwer, das umzusetzen, was wir wissen. Das ist die interessante Frage und die habe ich mir gestellt und ich glaube, ich habe schon eine Antwort gefunden. Es muss ja so sein, wenn das das Beste und das Richtige wäre, müsste man das einfach umsetzen. Man tut es nicht, weil es noch etwas Wichtigeres gibt. deshalb und was ist noch wichtiger wie all das? Das ist die Selektion. Die Schule hat den Auftrag, Kinder zu selektieren und zwar in bessere und schlechtere, weil das der Auftrag der Gesellschaft an die Schule ist. Das ist die Aufgabe, das ist eigentlich der heimliche Lehrplan. Und wenn wir zwei Idealisten jetzt kommen oder noch ein paar andere dazu und sagen, ja, die Schule muss doch menschlicher werden, wir müssen doch viel mehr Zeit lassen, wir müssen doch Noten abschaffen oder die Jahrgangsklassen abschaffen, dann mag das für die Kinder schon richtig sein, für das Wohl der Kinder. Das ist aber nicht die Absicht der Schule. Die Schule hat den Auftrag, Gewinner und Verlierer zu schaffen. Und ich denke, sich dem mal bewusst zu sein und das auch sich einzugestehen, das schafft ein Stück weit zumindest ein Verständnis dafür, weshalb es so läuft, wie es läuft. Das heisst noch nicht, dass es gut ist, aber es ist verständlich, dass es eben so läuft. Und ich denke, da kann man nicht einfach kommen und sagen, wir verändern jetzt Schule und weshalb verstehen es die anderen denn nicht. Ja, weil die Gesellschaft so funktioniert, wie sie eben funktioniert in einer Zweiklassen- oder Dreiklassengesellschaft, so leben wir ja auch. Es gibt Leute, die verdienen mit der gleichen Arbeitszeit viel mehr, es gibt Leute, die verdienen mit der gleichen Arbeitszeit viel weniger und das ist, weil sie unterschiedliche Berufe mit unterschiedlichem Ansehen erlernen konnten und die, die eben schlauer waren, bessere Noten hatten an den Schulen, die haben mehr Möglichkeiten, Berufe zu lernen, wo man besser verdient und besser gestellt ist. So ist die Realität und ich glaube, bevor man nicht die Gesellschaft ändern kann, wird man die Schulen auch nicht ändern, weil die Schulen repräsentieren die ganze Gesellschaft mit all diesen unterschiedlichen Werten und Ideologien. Und ich habe auch mit Schulen der Zukunft gelernt, dass nämlich diese Ideologiegraben Kämpfe, die finden statt an Schulen, in denen die öffentlichen Schulen eigentlich mehr oder weniger verächtlich auf die Privatschule oder Homeschooler schauen und sagen, ja, die Idealisten, die kommen dann schon mal auf die Welt und das ist ja schön, aber die Welt funktioniert so nicht. Und genauso verachtensvoll sprechen die Homeschooler oder Privatschulen über die öffentlichen Schulen. Ja, die haben halt kein Herz, die verstehen es halt auch nicht und jeder wertet den anderen ab und eigentlich ist das Problem, dass man nicht in Kontakt miteinander kommt und nicht irgendwie den Weg findet zueinander, um über diese Dinge überhaupt mal zu schwatzen. Also es findet eigentlich eher eine ideologische Abgrenzung statt und das ist das, was ich dann, mein zweites Buch widmet sich ja dem, das ist gemeinsam über sich hinaus wachsen, das ist das Thema daraus. Und ich denke von dort her, ich habe beide Welten kennengelernt, ich habe zehn Jahre meine eigene Schule, meine Privatschule gehabt, ich habe mit vielen Privatschulen Kontakt gehabt, ich habe bevor an öffentlichen Schulen gearbeitet und ich arbeite jetzt an öffentlichen Schulen. Ich kenne beide Welten und ich kenne beide Argumentarien aus beiden Welten. Und ich finde das total schade, dass eigentlich keine Verständigung zwischen diesen beiden Welten geschieht. sehr spannend. Ich hoffe, dass es doch ein bisschen Verständigung zwischen diesen Welten gibt. Ich arbeite auch in der konventionellen Welt der Schule, aber habe doch viele Gedanken von der nicht konventionellen Welt und versuche das auch irgendwie einfließen zu lassen. Und ich glaube, da gibt es schon noch viele andere, die das auch machen. zum Beispiel du. Du hast gesagt, die Schule hat den Auftrag zu selektionieren. Und also das habe ich natürlich auch sehr gespürt in meiner Schulzeit. Also ich und du sagst, dass das ein Gesellschaftsphänomen ist, dass die Gesellschaft das eigentlich so verlangt. Und um das zu verändern, also ist offensichtlich, dass das ein sehr langer und langwieriger Prozess ist. Also das geschieht sicher nicht von heute auf morgen. Wie müssen wir vorgehen, deiner Meinung nach? Also im Gespräch mit unseren Freunden und Verwandten oder wie verändert man die Gesellschaft? Also ich kann die Gesellschaft nicht verändern. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es ja, ich kann es nicht. was ich einfach das Gefühl habe und das ist auch das, wo ich Power und Lust dazu habe, dass dort, wo ich tätig bin, dass ich dort mein Bestes gebe. Also ich versuche in einem Umfeld, dort wo ich bin, dort dazu beizutragen, dass etwas läuft. Also ich bin zurzeit auch als Gesamtschulleiterin in Aarau bin ich tätig und ich habe dort doch die Möglichkeit für rund 3500 Kinder etwas zu tun und das sind doch etwa 600 Lehrpersonen, die hier arbeiten, da kann ich etwas tun und ich hoffe, ich kann da auch etwas bewirken und da schaue ich einfach, wo ist mein Umfeld, wo kann ich etwas bewirken. Ich weiß nicht, ob man das sonst kann, weil ich glaube wirklich repräsentativ ist unsere Gesellschaft natürlich auch an den Schulen genauso anwesend und es gibt genauso viele Eltern wie Lehrpersonen, wie Schulleiter, wie Bildungspolitiker, die finden, ja Leistung ist gefragt, weil später muss auch geleistet werden und uns hat doch Noten auch nicht geschadet, also schadet es unseren Kindern auch nicht und die höchste Leistungsstufe ist das Minimum für mein Kind und es geht genauso an Schulen und an Eltern, die finden, ja nein, mein Kind soll einfach Freude an sich haben und gerne lernen und es soll in seinem Rhythmus lernen können, genauso gibt es Lehrpersonen und die sind genauso in einer Verteilung an Schulen, wie sie auch in der Gesellschaft sind und jetzt einfach zu meinen, weil ich so denke, muss ich die anderen abwerten und denen sagen, wie falsch sie sind, das denken die über mich auch und damit ändern wir keine Schule. Ich glaube, es braucht wirklich Gespräche, es braucht Auseinandersetzung nach das, was wir jetzt machen. Vielleicht hilft das ja, jemanden, der das hört, danach zu sagen, okay, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen festgefahren und habe das Gefühl, ich habe einfach nur Recht und ich sehe da die Feindbilder, die gar nicht in mein Recht haben reinpassen und vielleicht motiviert das ja zu sagen, ja, und wie komme ich mit dieser anderen Seite ins Gespräch und wie kann ich denen mal zuhören, dass die überhaupt bereit sind, mir zuzuhören. Es geht ja nicht nur darum, dass ich die mit meinen Weisheiten irgendwie besele und beglücke, sondern dass ich denen mal zuhöre. Und dann kann ein Austausch stattfinden und ein gegenseitiges Verständnis und ich glaube, das ist der Weg, ich sehe eigentlich keinen anderen. Und auch positive Strukturen schaffen, die dann auch funktionieren, oder? Also mich hat zum Beispiel die Ansätze von Margit Rassfeld haben mir inspiriert, die hat konkrete Vorschläge, wie man das machen könnte, hat das auch ausprobiert und ich habe oft einfach gesehen, hey, das ist kritisch, das finde ich nicht optimal, aber ich wusste dann nicht so genau, ja, aber wie wäre es denn besser, wie könnten wir es anders machen? Also zum Beispiel kritisch sehe ich persönlich die Altersklassen, also das fördert extrem den Wettkampf aus meiner Sicht. Das Notensystem ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll mit einer Note, das ist kein gutes Feedback, auch extrem Leistung und vergleichbar fördert das. Dann die Selektion, mit dem habe ich Mühe, ich habe Mühe mit der begrenzten Fächeranzahl, das Leben ist viel 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 Fächeranzahl zur Geltung gebracht werden kann. Ich habe auch Mühe mit der Fächerhierarchie meiner Meinung nach singe nicht weniger wert als Mathematik und ich habe auch Mühe mit dem 45 Minuten Takt oder 90 Minuten Takt dass man immer wieder abbrechen musste. Aber ich möchte jetzt eher auf die positiven Sachen den Fokus richten. Das sind Beispiele wie Marget Rassfeld oder Daniel Greenberg mit der Sudbury Valley School inspirierend. Das sind Sachen wie Alters durchmischte Klassen, dass die Viertklässler Vorbild für die Erstklässler sein können, dass die Verantwortung übernehmen können, dass weniger Wettbewerb ist, dass man den Schülern mehr Zeit zum Spielen und Zeit, wo sie selber wählen können, was sie machen möchten, ohne Vorgaben vom Lehrplan. Oder Projektunterricht, wo sie wirklich ein reales Projekt zur Umsetzung bringen können, dass das auch in der Gemeinde oder in der Familie auch gebraucht werden kann, wo sie wirklich Wirksamkeit und Bedeutsamkeit erfahren. Oder dass man zum Beispiel ein Lernatelier macht, wo sie selber entscheiden, heute arbeite ich an Mathematik, den ganzen Tag, morgen mache ich vielleicht mehr Deutsch und ich sage der Lehrperson, wenn ich bereit bin, für dieses Thema die Prüfung abzulegen. Ja, da gibt es noch andere Ansätze. Hast du solche Leuchttürme oder Ideen, die du ich weiß, keiner von uns hat die absolute Wahrheit, aber jeder von uns hat eine Meinung und die können wir auch einbringen. Es ist natürlich so, die Person, die du erzählt hast, wie Margit mit ihrer Schule in Berlin oder die Sudbury Schulen, das sind alles Privatschulen und es ist spannend, immer die guten Beispiele kommen von dort und das ist ja auch logisch, ich hatte auch eben, wie gesagt, zehn Jahre eine eigene Schule, ich hatte auch keine Klasse, ich hatte keine Noten, die Kinder haben das gelernt, was sie wollten, ich kenne das und die Beispiele kommen immer von dort und von öffentlichen Schulen nicht und ja, man müsste das dort übernehmen, aber das ist das, was wir vorbesprochen haben, eine Privatschule kann sagen, das ist unser Profil, das ist das, was wir machen, das andere machen wir nicht, hallo Eltern, die das wollen, bringt uns eure Kinder, dann bekommen die das, was ihr wollt, das ist an der öffentlichen Schule nicht so, an der öffentlichen Schule hast du alle und du hast auch die, die das überhaupt nicht wollen, die Wollennoten, die Wollenjahrgangsklassen, die Wollengewinner und Verlierer, das bringst du dort nicht so leicht unter und dort ist vielmehr die Herausforderung, wie kann innerhalb dieses Selektionssystems eine so menschlich wie möglich gute Schule gemacht werden, also das ist das, was ich versuche, das ist mein Anspruch, ich werde die Selektion an den Schulen nicht ändern, das wird wahrscheinlich in meinem Berufsleben nicht mehr gelingen, da glaube ich irgendwie nicht mehr dran, ich habe mal ein Buch gelesen eines Berner Pädagogik Professoren über Reformpädagogik in der Schweiz und da weiss ich nur noch, der hat geschrieben, vor 200 Jahren gab es schon Leute, die wollten Schule mehr vom Kind her machen und andere gesagt, nein, das ist Leistung und Beurteilungen und das hat uns auch nicht geschadet, da muss man gar nichts ändern. Vor 100 Jahren das Gleiche, man müsste mehr Schulen von den Kindern her denken und andere Nein, Schule ist so wie sie ist gut, das muss man nicht ändern und heute spricht man vom Gleichen, also das ist nichts Neues und ich denke, das ist so träge, dieses System, weil da das ganze Gesellschaftssystem vertreten ist und ja, die guten Beispiele kommen von den Privatschulen, weil dort nicht das ganze Gesellschaftssystem repräsentiert wird, dort macht man das und die Frage ist natürlich ja, was kann man machen an den öffentlichen Schulen, da bin ich absolut deiner Meinung, das ist auch mein Ansatz, das ist das, was ich versuche und das Erste ist aber nicht die Methode oder die Fächer oder besondere Zeiten, sondern das Erste ist die Haltung, das ist das Bewusstsein darüber, eigentlich das, was wir am Anfang gesprochen haben, was möchte ich für die Kinder, was ist mein Menschenbild den Kindern gegenüber, was tut den Kindern gut, was ist meine Rolle als Lehrperson, ich sehe das oft, auch wenn ich auf Schulbesuch gehe, das sehe ich meist schon in der Möblierung des Schulzimmers und nachher im Unterricht natürlich auch, was die Haltung der Lehrperson ist, was glaubt sie ist ihr Auftrag, glaubt sie sie eigentlich das Potenzial der Kinder entfalten helfen soll, das siehst du auf einen Blick und ich denke, das ist das Erste an dieser Haltung, am Bewusstsein darüber, was ist eigentlich die Aufgabe von mir als Lehrperson, was will ich damit bezwecken, was tut den Kindern gut, wofür bin ich da, das ist das Erste und nachher muss man schauen, wie kann man das umsetzen auch innerhalb des Rahmens der Volksschule, wie man langläufig denkt und dass das nicht geschieht ist oft nicht der Grund, dass man das nicht darf, sondern man hat das Bewusstsein nicht dafür. Ein Beispiel, es ist, glaube ich, im Kanton Solothurn, weiss ich das, in den meisten anderen Deutschschweizer Kantonen, ist im Schulgesetz nicht festgelegt, dass eine Note stehen, aber unter dem Jahr bei Prüfung muss keine Note gegeben werden. Und ich kenne viele Lehrpersonen, die machen das so, die machen keine Noten, die machen schon nach Prüfungen und die geben den Kindern einfach ein Feedback, du hast du bespanden oder du hast es nicht bestanden, so wie bei der Autoprüfung. Und was die erleben, ist, dass die Kinder sich viel was inhaltlich habe ich noch nicht verstanden und die bekommen dann die Gelegenheit, sich damit noch einmal auseinander zu setzen. Und der Fokus, wenn Kinder Noten bekommen, ist, die vergleichen sich und wenn es ausreicht, dann ist okay, aber das Interesse, kann ich etwas oder kann ich nicht, etwas noch nicht, das ist eigentlich gar nicht vorhanden. Und das ist ein Beispiel dafür, dass eigentlich von der Gesetzgebung her durchaus Möglichkeiten da wären, aber es braucht ein Bewusstsein der Lehrperson, was sie eigentlich möchte mit ihren pädagogischen Absichten und dann findet sie durchaus Wege, Dinge umzusetzen. Das wäre eigentlich meine nächste Frage, auch wir haben in der Schweiz Lehrplan 21 und das Schulgesetz und nach meinem Empfinden regelt diese Gesetze oder Lehrpläne schon ziemlich detailliert wie Schule auszusehen hat. Du hast jetzt gerade gesagt, dass man schon einen Spielraum hat. Ist ja dieser Spielraum genügend groß oder müssen wir am Lehrplan 21 oder am Schulgesetz etwas verändern? Wir beide meinst du? Einfach die Gesellschaft. Nein, nicht wir beide. Das ist ja und nein. Wie gesagt, das habe ich vor gleich gesagt, wenn ich die Haltung ändere, habe ich mehr Spielräume im Schulgesetz und mit dem Lehrplan 21 wie das, was ich sehe, wenn ich in den Schulunterricht gehe. Ich sehe zum Beispiel oft im Schulunterricht, wo wirklich einfach Wissen vermittelt wird. Das ist ein unglaublich niederes Niveau an Selbstwirksamkeit der Schülerinnen und Schüler im Schulunterricht. Sie bekommen vorgegeben, was sie zu tun haben, meistens von der ersten bis zur letzten Minute. Also ganz, ganz wenig Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten. Das verbietet kein Schulgesetz und kein Lehrplan 21. Im Gegenteil, der Lehrplan 21, der eigentlich Kompetenzorientierung propagiert. Kompetenz heißt eine Selbstorganisationsfähigkeit, um zu handeln. Ja, das ist Selbstwirksamkeit. Das möchte das. Aber da fehlt Know-how bei den Lehrpersonen und auch ein Bewusstsein, dass das wichtig ist. Und ich höre ganz viele Lehrpersonen gesagt, ja, da habe ich keine Zeit, weil dann kann ich das Wissen nicht mehr vermitteln. Also das ist die Haltung, die nicht stimmt. Es ist das Wissen, das nicht vorhanden ist und es ist nicht der Lehrplan und es nicht das Schulgesetz. Auch schön wäre es auch, dass Musik und Singen genauso einen gleichgestellten Wert hätte wie Mathematik oder Deutsch. Oder dass es noch andere Fächer oder gar keine Fächer gibt. So wie ich das mitbekommen habe in Finnland, schaffen die Fächer ab, die beginnen projektorientiert zu unterrichten und ich vermute mal in 10 oder 15 Jahren pilgern wir dann scharenweise nach Finnland, um das zu lernen. Und ja, so sind wir einfach vom Bewusstsein her und von der Haltung hinkt das immer noch ein bisschen hinterher und ich hätte da weniger den Fokus auf Schulgesetz und Lehrplan, weil das nicht in unserer Macht ist, im Moment das zu ändern, aber den Einfluss auf Haltungen, auf ein Verständnis, das ist durchaus, zumindest in den Möglichkeiten, die ich habe, in meinem Berufsalltag, das ist trotzdem denke ich persönlich, dass oft die Struktur, das System, das vorgegeben ist, sehr stark mit gewissen Haltungen und Werten kollidiert. Also wenn ich die Schüler selektionieren muss, aber gleichzeitig eine wertvolle Beziehung aufbauen muss, dann kollidiert das irgendwie. Auf der einen Seite bin ich die Vertrauensperson, die als Coach nebendran ist und auf der anderen Seite muss ich dann am Schluss sagen, du bist genügend, du bist ungenügend, du bist voll. Das fühlt sich nicht gut dann in mir drin und auch andere Strukturen. Also ich zu vermitteln und dann sind die Schüler wieder weg. Wie soll da Projektunterricht stattfinden können? Ich meine diese Projekte Marget Rassfeld irgendwie wo ein Halbtag für Projektunterricht reserviert wird. Wie machen wir das mit den Vorgaben dass irgendwie ich weiss nicht wie viele Lektionen Deutsch und Mathe und Pro Lektion Es wäre eben schon zu machen. Okay. Wenn du zum Beispiel sagst wir haben immer am Dienstag und Donnerstag Nachmittag das sind kompetenzorientierte Nachmittage und dort wird projektartig wirklich an lebensnahen Herausforderungen gearbeitet und dafür wird eine Deutschstunde eingesetzt eine Stunde Natur Mensch Gesellschaft dann noch eine Stunde Werken eine Stunde Handarbeit und noch eine Stunde Mathematik und dann finden dort effektiv projektartige kompetenzorientierte herausfordernde Aufgaben werden dort bearbeitet und die Kinder schauen dann so wie lösen wir das wie gehen wir diese Herausforderung an wer hat eine Idee und dann packen sie es wirklich auch an und dann werden dort Kinder Dinge lesen müssen sie werden jemandem schreiben müssen sie werden Dinge berechnen müssen sie werden vielleicht auch etwas herstellen müssen sie werden über Dinge recherchieren müssen und dort hast du auf einmal alle Fächer drin und das ist ja eigentlich ein Charakteristikum des Lebens sobald es lebens nach ist das Leben ist nicht ein Fächer seziert das macht nur die Schule und solche kompetenz sortierten Projekte die müssten dann eben auch nicht in Fächer seziert sein sondern es gäbe wie zum Beispiel mal zwei Nachmittage wirklich Inseln wo diese Art von Lernen stattfinden könnte und das wäre machbar völlig kompatibel mit dem Schulgesetz und dem Lehrplan 21 das wäre machbar und wie gesagt es ist nicht eine Frage des Schulgesetzes und des Lehrplans ist eine Frage der Haltung und was ist an mir meinen Schülern zu ermöglichen damit die welche Erfahrungen machen können also dort ist viel mehr eigentlich zu holen glaube ich wie Schulgesetz oder Lehrpläne zu ändern sehr schön zu hören falls uns jetzt jemand zuhört der mehr dazu lesen oder schauen möchte welche Quellen würdest du empfehlen Bücher Filme welche Ressourcen findest du lesens oder sehenswert ich habe immer ein wenig Mühe zu sagen liest doch dort und hört euch das an weil es ist immer etwas was ich eigentlich im Aussen suche und ich weiss das habe ich auch gemacht ich habe Remo Largo gelesen ich habe Jesper Juhl gelesen ich habe die auch kennengelernt von Gerald Hüter gar nicht zu sprechen ich habe die auch gelesen oder mit ihnen gesprochen das war auch sehr wichtig für mich und das wären jetzt ja mal Leute die ich unbedingt lesen würde und trotzdem habe ich das Gefühl eigentlich dass ich mir wünschen würde dass mehr Menschen den Zugang zu ihrer eigenen Wahrnehmung suchen würden und das finde ich nicht in Büchern das finde ich im eigenen Erleben im Vertrauen gewinnen der eigenen Wahrnehmung im Beobachten ich meine heute kann man ja Piaget studieren und die Entwicklungspsychologie von Piaget studieren ja wie hat das Piaget gemacht der konnte nicht Piaget studieren der hat selber Erfahrungen gemacht der hat Dinge beobachtet der hat seinen Beobachtungen vertraut und eigentlich wünschte ich mir das viel mehr oder respektive beides also dass man halt diese Autoren liest die wir jetzt besprochen haben auch Margret Daniel Greenberg und andere auch natürlich soll man die lesen aber man soll sie auch wieder weglegen und man soll dann nicht sein Konstrukt im Kopf machen sondern Herz und Bauch öffnen und eine eigene Wahrnehmung entwickeln und daraus Rückschlüsse ziehen und dann Dinge ausprobieren und aufgrund seiner eigenen Erfahrungen dann Rückschlüsse ziehen also ich aber ich bin froh habe ich so verkehrt gemacht weil nur daraus habe ich gelernt und das stand in keinem Buch da steht nur wie alles toll sein soll aber nicht wie man tolle Fehler macht eigentlich finde ich vielleicht zum Thema Fehler noch das ist das was mir immer so auffällt Schule ist eigentlich die Institution wo gelernt wird und im Volksmund sagt man aus Fehlern lernt man nur in der Schule wird jeder Fehler mit rot angestrichen und es gibt schlechte Noten eigentlich ist Schule ein Fehler Vermeidungsinstitut und eigentlich müsste man wie die tollsten Fehler an einer Schule auszeichnen einmal pro Monat wird der tollste Fehler ausgezeichnet also das ist auch eine Haltungssache also wie kann man Kinder ermutigen probiert Sachen aus und macht Fehler lernt daraus und macht es besser das nächste Mal und dazu braucht es natürlich auch Vorbilder als Lehrperson die auch Lust haben Fehler zu machen die den Mut haben etwas auszuprobieren und da sind wir in einer schlechten Zeit heute also wir sind auch dort in einer ängstlichen Kultur und ich denke das ist ja nicht nur in der Schule sondern gesamtgesellschaftlich wird mit Angst gearbeitet also seid vorsichtig traut euch nichts da macht ihr keine Fehler weil ihr müsst Angst haben um einen Job um die Natur um alles ja und das spiegelt sich auch in der Schule wieder und dazu fällt mir ein Zitat auch wieder von Margit Rastfeld ein sie sagt Schule soll das gelingen organisieren und nicht das misslingen dokumentieren also diese Fehler Kultur immer diese Fehler rot anstreichen das hast du falsch gemacht das hast du falsch gemacht ich denke genau Fehler sollten eigentlich gefeiert werden jetzt können wir wieder etwas dazulernen Fehler gehören dazu ja ich denke da denken wir in eine ähnliche oder fühlen wir in eine ähnliche Richtung habe ich dich jetzt etwas noch nicht gefragt was du denkst würdest du gerne noch sagen irgendwie ein Anliegen nein eigentlich nicht obwohl ich das Gefühl habe wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde so weitermachen aber das können wir ja auch mal ohne Video Aufzeichnung nachholen oder ein zweites Video machen nein im Moment glaube ich ist das so gut ich glaube ich könnte tagelang dir zuhören oder mit dir sprechen aber ich habe dir versprochen dass wir etwa eine Stunde machen und da wären wir angelangt deshalb danke ich dir ganz herzlich Daniel dass du dir die Zeit genommen hast und mir hier zur Verfügung gestanden bist und für mich war es sehr spannend und ich hoffe dass es auch für einige Zuschauer spannend sein wird und ich wünsche dir ganz viel Freude und Sinnhaftigkeit in deinem weiteren konkreten Wirken in der Schule in deinem Umfeld Vielen Dank Danke auch dir und dir wünsche ich dasselbe Vielen Dank Das war mein Interview mit Daniel Hunziker und ich hoffe dass du etwas für dich Nützliches mitnehmen kannst Wir haben über viele Dinge gesprochen und ich hoffe dass herausgekommen ist dass sowohl Daniel als auch mir die Potenzialentfaltung eines jeden Menschen am Herzen liegt und dass wir uns dafür einsetzen möchten dass Schulen dies so gut es geht ermöglichen Ich denke jeder Mensch ist einzigartig hat einzigartige Potenziale welche er für sein eigenes Wohl aber auch für das Wohl der Gemeinschaft entfalten können sollte und so platziere ich die Fahne zur Potenzialentfaltung hier in die Schnittstelle der Handlungen welche sein eigenes Wohl aber auch das Wohl möglichst vieler möglichst aller Mitmenschen erhöhen wie diese Handlungen dann konkret aussehen haben wir im Gespräch etwas angedacht aber das müsste sicher noch vertieft werden und wird wohl auch nie einen endgültigen Stand erreichen oder wie siehst du das teilst du meine Einschätzung oder siehst du es anders gerne kannst du dies unten in den Kommentaren hinschreiben in diesem Sinne lasst uns unsere Stärken vereinen und gemeinsam versuchen eine bessere Welt zu schaffen lasst uns versuchen immer öfters intelligent zu handeln danke